Gut, wir vom Team der Erlebnisakademie dürfen euch hier im Hochseilpark Laum recht herzlich begrüßen. Was wird jetzt passieren? Ihr kriegt jetzt euer Gurtzeug, dann kleiden wir uns da unten miteinander ein, gehen wir hoch zur Einweisungsstation, da zeigen wir euch dann, wie das Ganze funktioniert und dann geht's hoch über die Treppe in den Hochseilpark. Hup, 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 hup! Oh, super! Ja, er sieht natürlich super aus. So, und bei drei gehen wir hoch. Eins, zwei, drei, super! Hup, hup, hup! Hup, 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 hup! Es war auch Überwindung, aber im Großen und Ganzen echt super. Also ein paar habe ich mich zwar nicht getraut, aber die meisten haben wir dann doch miteinander geschafft und ja, also war echt super dabei.